auf geht es vier minuten im regen olympiastadon so nach der niederlage natürlich muss wieder ein sieg her klassenerhalt schön aber den anschluss obendran zu verlieren wäre natürlich bitter wir wollen oben dranbleiben später acht gegen hertha bc auf geht's direkt rein let's go so da haben wir scho scully alexis vega zu einfach den ball verloren nicht was sagen war das war super hassan buskowitsch königsdörfer steilpas kriegt klein dienst hertha spieler ist mal hinten rum laszlo bennisch höhlkrug klein dienst nein nicht gut auf königsdörfer na jetzt aufpassen genau da oben nicht gut buskowitsch der war nicht mal so ungefährlich buskowitsch hassan, scully meffert bennisch, der spielt mal so doll nach vorne das königsdörfer den gar nicht mal bekommt buskalli gegen usah den hat er gegen ralston uskowitsch auf iusic hassan und was hat denn von hassan, das ist bitter das ist bitter das ist bitter und das ist 1 zu 0 für hertha das ist bitter das ist bitter 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 kefas von hassan baumgartner mit dem 1 zu 0 für hertha mit dem 1 zu 0 für hertha so klein dienst ah ich wollte gerade los spritten schade muss jetzt aufpassen schön königsdörfer aber ich glaube einwurf für die hertha schön ich glaube wieder königsdörfer aber einwurf härter ja schon schwierig aber ist ja klar man will sich ja das auch kann fändigen oben die tabellen spitze da oben dran zu bleiben ist ja klar so iusic gegen buskowitsch hassan scully auf niklas fölkow der rüber auf klein dienst nicht gut oh schön nachgesetzt ok freistoß für die hertha schade kommt fölkowitsch musa gegen scully oh schön von scully und sogar einwurf raus geholt super super uh komm lauf da oben jawoll so wenn ich glaube ich mal wieder die namen nicht angezeigt ist wieder typisch ich glaube das klein dienst ausgleich und das ist im klein dienst wichtig wichtig und richtig ja hier sehen wir es nochmal der pass kommt goldricht den macht er zu bei ja dann lange ecke ist so offen den muss man als stürmer machen drei dreistel spiel minute das erste tor von ihm in der ersten liga nach sechs spiel und wo woskowitsch schön schreit sie vorne mal einfach mit ein wie egal wird umgerempelt müsste einwurf geben gibt auch einwurf scully schreit auf hassan nachauser königsdörfer klein dienst bietet sich an und muss drehen leider und jetzt der schuss wird geblockt schreit vorteil für hertha berlin super verteidigt schreit 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 mega mega bisschen umständlich gerade raus königsdörfer bisschen steil bisschen steiler königsdörfer königsdörfer in die arme des kiebers ok halbzeit halbzeit so 1-1 und weiter gehts let's go zweite halbzeit genau hier regiert der ASV die fans machen wieder super stimmung gab noch gelb für wuzkovic hassan super zurück auf ibusic da haben wir wuzkovic Bayer bennisch auf kleindienst runter auf königsdörfer der flankt einfach da kommt er nicht ran schade spieler im fokus tim kleindienst ja nach seinem tor natürlich wuzkovic wird umgerempelt schade wuzkovic muss aufpassen gegen baumgartner joo der war nicht schlecht geschossen härter direkt aufs 2-1 schade schade das war knapp auf meffert 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 kriegt den nochmal nach seinem feber schön schwach auf königsdörfer schade 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 ja hier dreht sich nochmal perfekt kommt frei zum abschluss wunderbar super das füllkrug also irgendwie wenn höhepunkte wieder ist kann ich wieder gefühlt nichts gewinnen und wenn selbst gezockte spiele klappt es wieder gefühlt 1a aber auch nicht immer schade hau den raus obwohl da gibt es keine ecke ich dachte die ecke aber ne ralston ok jetzt abstoß mazahn wuzkovic portu ist drin königsdörfer lauf doch durch da junge bennisch lauf lauf bennisch flackgekommen oh der ist gut oh in die arme das war schön geflaggt auf dem flydienst wer war kriegt den schützen füllkrug oh klein dienst nein da wollte ich grad schießen ich würd sagen aber wir wechseln jetzt und zwar michael bronzies kommt für wuzkovic ich bin jetzt so mutig michael für königsdörfer der kriegt sein debüt jata kommt dafür für vega 1 2 3 und dem mirovic kommt für klein dienst vierer wechsel und ja tatsache wenn man unten das menü hat wer ist denn nur 3er wechseln hier 4 bis 5er wechseln nur lauf was hat war war ja nein war ja war ja war ja gefährlich aber war ja wieder gefährlich war ja was war das denn die wuzic platzt hart jetzt kommt die wechsel also Bayer immer mit retten nicht retten was war das denn die wuzic so los schnell lang hafer hier und lauf bennisch boah krieg ihn lauf ach schade aufpassen schritten umlocken boah wir machen es wieder unnötig spannend hier also michel nicht gut gerade den hat ibusic guck mal wissen wir Zeit rausnehmen miche bronzis scully auf jatter füllkrug ah der sollte durch auf bennisch schade schade emily und jetzt wird es wieder gefährlich hertha kommt wieder macht druck schild von scully hassan macht schlecht bayern hat den und überhaupt die wuzic hassan bayern auf bennisch auf michel da bin ich mit der Nummer 11 michel hat die Übersicht zieht bayern bayern legt den zu weit vor aber ich glaube das war's es müssen die drei punkte jetzt sein ja 2 zu 1 gegen hertha bsc richtigen drei punkte wunderbar schön wohl michel mit seinem debüt wunderbar nice weiter gehts und dann gucken wir mal tabellarisch sind wir auf 9 ok tabellen mittelfeld damit kann ich ehrlich gesagt sogar gut leben machen weiter jetzt geht es gegen bielefeld und machen weiter danach kommt pokal gegen heinheim und da haben wir auch noch gute erinnerungen ich glaube gegen die waren wir in der dritten runde letzten saison rausgeflogen da haben wir auch noch eine rechnung zu begleichen so partiespiel wir hatten ja heute glaube ich nur die auswärtsspiele gefühlt gespielt jetzt wird das heimspiel mal komplett gespielt fernandes darf mal wieder im tor stehen teammanagement hier hat er da von anfang an ran dompeter heute mal über links ran aber da weger ja auch vorne spielen kann die mirovic runter und dann füllkrug und weger da hassan spielt heute noch mal als innenverteidiger aber für miche bronzies galvini geht auf die position muha einfach an scully heute mal über rechts oh bei ne komm higher in verteidigung heute mal das galvini nehme ich aber mit keine sorge für für bayern woskowitsch kommt da hin schulau nehme ich auch mit der brauche immer wieder spielzeit meff hat nämlich mit königsdörfer bleibt da kleindienst bleibt da nehme mich hier wieder mit und auf geht's